Und ein Moinzen zu einem Transferupdate zum VfB Stuttgart und es tut sich was, es tut sich was. Zwei Zugänge und ein Abgang stehen wohl kurz vorm, ja kurz vorm offiziell machen. Der letzte Schritt muss noch gegangen werden, aber die Dinger scheinen quasi durch zu sein. Wagnumann, Thema Nummer 1, es scheint hier endlich durch zu sein, die Saga Halleluja, war das eine schwere Geburt. Es wurde sehr oft berichtet, auch ich habe ein paar mal berichtet, da wäre das Video zu Wagnumann selbst, das zu Wagner, die VfB News jetzt erst. Gerne die Videos abchecken, natürlich vor allem spezifisch das zu Joscha Wagnumann selbst. Am 22.06., also schon vor zwei Wochen, kamen schnell viele Gerüchte auf, dass er zum VfB kommt, zum VfB will. Geht nur noch um die Ablösesumme, 4-Jahres-Vertrag soll er bekommen. Und das war, ja, zwei Wochen lang in Stadt der Dinge grob. Mal kalt, mal warm der Transfer, der SV wollte mal 8 Millionen haben, wollte mal 7 Millionen haben, dann nur noch 6 Millionen. Der VfB will nicht über 5 Millionen zahlen und bis hin, das konnte die Ablösesumme drücken. Sehr, sehr starkes Ding, das Warten hat sich finanziell gelohnt, wenn man Sky und Co. glaubt. Sky berichtet von 3,7 Millionen Sockelablöse plus eben Boni, damit können es bis zu 4,5 Millionen werden. Und der HSV bekommt 10 Prozent, ja, Weiterverkaufsklausel, wenn wir eben Weiterverkauf bekommen, bekommt der HSV 10 Prozent davon. Damit ist das Ziel Nummer 1 erledigt. Einen Rechtsverteidiger zu finden, ist erledigt. Gleichzeitig ist er auch ein variabler Defensivakteur, das ist ja auch wichtig gewesen für den VfB auf dem Transfermarkt, diesem Transferfenster, weil er kann ja auch Linksverteidiger und zentrales defensives Mittelfeld spielen. Auf den Kollegen können wir uns auf jeden Fall freuen, Potenzial ist absolut da. Wir hoffen halt sehr darauf, dass er verletzungsfrei bleibt, dann geht da richtig was. Wie gesagt, die offizielle Meldung steht noch aus, er soll aber schon am Samstag mit ins Trainingslager. Ich höre gerne eure Meinung in die Kommentare. Machen wir weiter. Der nächste richtige Neuzugang der Saison nach Dinos und Ito und jetzt eben vermutlich auch Wagner-Mann ist Juan José Perea. Kommt von Paz Giannina, wie ich es richtig ausgesprochen habe, aus der griechischen 1. Liga. Kolumbianer, 22 Jahre alt, 1,81 groß, spielt im Angriff, Hauptposition ist Mittelstürmer, kann aber auch rechtsaußen und linksaußen. Linksaußen wurde interessanterweise im April schon mal mit einem Bundesligisten oder jetzt eben Aufsteiger in Verbindung gebracht, nämlich mit Werder Bremen damals und bei ihm geht es auch auf einmal schnell. Ging sehr schnell mit den Gerüchten, gestern ging es los, Sporttime Grease, ein Blatt aus Griechenland eben, hat berichtet, dass wir ihn holen. Wenig später hat auch der Kicker das bestätigt, dass da was dran ist, auch hier Vier-Jahres-Vertrag. Ablöse soll so bei 2,4 Millionen liegen, manche schreiben auch 2,2 Millionen plus 500.000 Boni bei einem Marktwert von 1,2 Millionen. Er hat oder hatte eben noch Vertrag bis 2024 bei seinem Klub in Griechenland. Letztens Saison in der Super League 1 hat er 23 Spiele gemacht, 6 Tore und 3 Vorlagen. Seine Karriere bisher führte ihn über Portugal nach Griechenland, hat nämlich auch mit der U19 von Porto schon zweimal gespielt. In der UEFA Youth League in Griechenland auch beim Top-Klub Palatinaikos schon gespielt. Nun kommt er eben von Giannina, 1920 ist der Klub aufgestiegen, jetzt so ein bisschen Tabellmittelfeld in Griechenland. Interessant bei dem Klub ist auch, dass er jetzt der teuerste Abgang ist. Nummer 1 ist das Interessante und Nummer 2 vor allem, der teuerste Abgang davor war, aufgepasst, Konstantinos Mafropanus. Dabei ist zu Arsenal in der Saison 17-18 für 2,1 Millionen gewechselt, lowtransfermarkt.de. Und bei ihm, bei Perea kann man halt bisher wirklich, oder kann ich zumindest bisher nur das typische YouTube-Highlight-Clip, die YouTube-Highlight-Clip-Recherche betreiben. Also ich habe selbst kein großes Bild von ihm, habe aber aus der Community, also Instagram-DMs auch, oder sei es Twitter oder was auch immer, schon einiges Gutes gehört von ihm. Was recht klar sein sollte bei ihm, auch vom Spielertypen her und von der Qualität her, so rein vom Markt hat eine Ablösung und so weiter, ist das, denke ich mal, nicht der Vorgriff auf einen Abgang von Kalajdzic. Das ist eher ein Mamusch-Ersatz, ein Tommy-Ersatz, quirlig über die Flügel, physisch am Start. Er hat auch, um hier diesen Kriegenvergleich zu bringen, auch hat ein bisschen was von Donis, finde ich. Vielleicht auch ein bisschen was vom Spielertyp her, von seinem Landsmann Bore. Wo er scheinbar auch Donis ailen könnte, auch Gerüchte, Küche auf Twitter und so weiter, ist Thema Disziplin. Da war er scheinbar ein bisschen auffällig bei Panathinaikos zum Beispiel, mit dem Trainer nicht warm geworden. Es gab Beschwerde über seine Einsatzzeiten von ihm. Aber, großes Beispiel Aubameyang, den ja Mislat sehr, sehr oft verteidigt, das hält eine Mislat nicht auf. Plus, wir haben einen Matarazzo, plus, wenn da Gespräche geführt werden, wird das alles passen so. Ich mache mir da erstmal keine Gedanken, sind ja auch nur Gerüchte. Bin gespannt, wie ihn der VfB einplant. Offensiv haben wir ja einiges an Talenten. Das würde auf jeden Fall nochmal den, oder würde auf jeden Fall den Konkurrenzkampf vorne nochmal beleben. Auch hier, offizielle Meldung steht noch aus, aber auch bei ihm sieht es wohl so aus, dass er noch vor Samstag offiziell wird, dann eben auch mit ins Trainingslager kommt und auch gerne zu ihm. Meinungen in den Kommentaren und vor allem auch bei ihm gerne, ja, schon Einschätzungen zu ihm, wenn ihr ihn denn schon ein paar Mal öfter habt kicken sehen. Nach zwei Zugängen kommen wir zu einem Abgang. Ja, und so schnell kann es dann halt eben auch mal gehen. Vom hoffungsvollen Talent zum Abgang. Der war schon so etwas wie der unerwartete Shootingstar letzte Saison, würde ich fast sagen. Wir reden natürlich von Alexis Thibidi, kam mit 17 Jahren im letzten Sommer ablösefrei von der Toulouse U19 zur VfB U19. Und dann kam er eben, der zwölfte Spieltag, Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, 20. November zu 21 war das und er bekommt 22 Minuten vor Schluss seine Chance. Wird eingewechselt beim Topspiel in Dortmund und das eben auch in einer kritischen Phase so. Das kam nach einem 4 zu 1 in Augsburg, was wir verloren haben, 0 zu 1 zu Hause gegen Bielefeld, was wir verloren haben, wo Torgefahr schwierig war, wo wir natürlich auch viele Ausfälle hatten. Und dann kommt eben der 18-Jährige und macht seinen Job da wirklich ordentlich so. Das war einer, auf den man sich gefreut hat, auf den man sich ein bisschen hypen konnte. Hat beim Bundesliga insgesamt 13 Einsätze bekommen. Bei uns kein Tor, keine Vorlage da. Nur 19 hat er davor zusammen mit Castanaras alles zerschossen. Neun Spiele, vier Tore, fünf Vorlagen. Hat auch natürlich Einsätze gesammelt bei der VfB U21. Hatte auch in der ersten Mal wirklich viele gute Ansätze dabei. Also er hat gezeigt, dass der Kollege was auf dem Kasten hat. Dann kamen eben diese Gerüchte rund um disziplinarische Probleme bei ihm. Vorm 23. Spieltag, das war das Heimspiel gegen Bochum, flog er aus dem Kader. Matarazzo hat ihn gestrichen, hat den Franzosen aus dem Kader gestrichen, aus eben disziplinarischen Gründen. Inklusive Bochum waren es dann vier Spiele am Stück, in denen er nicht im Kader war. Und nach der Saison kam dann der größere Hammer noch quasi. Tipe, die geht zurück in die U19, muss zurück in die U19. Dann ein paar Zitate von Matarazzo dazu. Alexis hat seine Position bei uns ein Stück weit verbockt. Aktionen, die einfach nicht gehen. Er ist kein böser Kerl, aber er ist extrem verpeilt, hat keine Struktur. Das ist sehr, sehr schade. Ich sehe viel Potenzial in dem Jungen. Er hat schon gezeigt, was er kann. Und man hofft eben darauf, dass er nun daraus lernt. Und dann kamen auch schon recht schnell die Berichte und Gerüchte und Aussagen hier vom Vater, die er scheinbar getätigt hat und so weiter, dass man eben über den Wechsel nachdenkt. Und so kommt es nun wohl auch. Auch gestern am 6.7. kam die Meldung von DiMarsio, ein recht großer Name, so ein Transfer-Business, sage ich mal, oder Transfer-Gerüchte-Business, wie auch immer. Aber Alexis Ronaldo-Tibidi, um mal seinen ganzen grandiosen Namen, muss man einfach so sagen, seinen ganzen grandiosen Namen mal zu nennen, zieht es zu Miroslav Klose, zu Miro Klose nach Österreich. Der ist nämlich Trainer beim SC Rheindorf Alltag, seit neuestem. Modell war da noch unklar bei DiMarsio. Die SCN berichtet von einer Laie, mindestens 18 Monate. Und ja, besser ist es. Also ein direkter Abgang hätte ich schon schade gefunden. Sie schreiben mit sich davon, ob eine Kaufoption dabei ist oder nicht. Klingt aber erstmal nicht so, wenn sie nur von eben mindestens 18 Monaten Laie sprechen. Ich finde es schade, weil er hat absolut Potenzial, verbaut es sich leider selbst. Und da muss man eben auch einfach so hart sagen, es ist nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal bleiben, dass eben Talente so ein bisschen an sich selbst scheitern. Trotzdem muss man ihn auch da ein bisschen in Schutz nehmen. Der Kollege ist 18, glaube ich, aktuell. Immer noch jung. Hoffentlich bringt ihm Laie was sportlich noch von der Einstellung her. Offizielle Meldung steht auch hier noch aus. Da gerne auch eure Meinung in die Kommentare. Und damit sind wir durch. Es könnte sich einiges tun in den nächsten Tagen. Ich würde natürlich dann auch berichten. Natürlich deutlich kürzer als hier. Hier sind so die Hauptinfos drin. Wenn die Meldungen offiziell werden, würde ich wahrscheinlich auch noch kurz darüber berichten. Es könnte sich einiges tun bis zum Schluss der Woche oder vor allem bis zum Beginn vom Trainingslager eben am Samstag, am 9.7. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.